Wo kopierst du die Nachrichten, wenn die Lobby gekommen ist und immer, ist immer hin? Äh, ich kopier die auf Pornhub und guck, ob jemand ein Pornostar ist. Ist leider bisher noch niemand gewesen. Ähm, du willst auf jeden Fall, pass auf, wenn du Z-Support spielst, dann ist das und das, also Hex-Flash und Nimbus-Clock, deine Core-Runen. Das heißt, du musst den Tree hier nehmen. Und aus den drei Runen ist Spell- äh, ist Spellbook, sag ich schon. Ist Omni-Stone die beste, weil du Spellbook nicht benutzen möchtest, weil du auf dem Hex-Flash sein willst. Zum Beispiel Face-Flash spielen. Ähm, du brauchst auf Z-Support kein, kein Face-Flash. Deadman's Plate später, der Q-Movement-Speed und das von Nimbus-Clock sind mehr als genug. Du gehst auf Jungle Z beispielsweise Face-Flash, weil du da nicht die Möglichkeit hast, über Büsche und Hex-Flash, also du kannst damit schon arbeiten, aber lange nicht so häufig wie auf Butchlein. Oh Gott. Aber warum? Warum? Warum kann sie nicht warten? Es ist Insanity, Ash. Absolute Insanity. Die Ludo genauso. Oh, meine fucking Augen, man. Oh man. Soll mich nicht jucken. Soll mich nicht jucken, was da passiert. Ohohoho, wieso sind die Lids so fucking bad? Oh mein Gott, warum bin ich so bad? Oh, das ist gut. Ich scare die nur ein bisschen auf ich glaube wir jetzt wissen wir wissen die wissen wo kindred ist Soll der Li doch kommen, lass den Li kommen, komm doch her Li Wir haben ein paar Liegestütze in der Zeit, komm doch her, kommt doch alle einfach her Setups, hm, wieso sag ich denn immer Liegestütze, ist auch egal Alles dasselbe, McFit hab ich studiert by the way Ich kann mal die Sündere hier, ich glaub das wird gut, ich glaub das wird gut Oh ja Den E, den E, den E, den E, den E, den E, den E Yes Das ist so sad, my bad Ich kann den Ich kann den Kick interrupten, also nicht interrupten, aber ich kann ihn zumindest noch c10 dabei Ach komm schon Ich muss hier raus I Dann Okay Jetzt Okay. Was machen die denn auch? Der Ritter wird nur noch rein hier. Was soll das? Ich hab keine Schuld. Oh mein Gott, ich bin nicht, ich bin eine Autodeck zu spät rausgeflasht. Ahhhh. Und sie hat uns dann nicht getroffen. Hm. So, ich guck mal, wenn ich hier sonnen kann. Ich muss nicht tanken. Mein Team kann den Nash einfach machen. Falls sie überhaupt irgendwie contesten, was nicht danach aussieht, kann man die Top Wave hier nehmen. Und dann weiter pushen. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Komm her. Ach, boah, der war. Glaub ich mal, muss man ein Opfer im Leben bringen. staffing angeht. Es so weit. Glaublich Sections in my life. Und dieэ民ie RESC Repelinier. D Cruelt schie Hab. Ich halte dich. Chwick dir. Ich halte dir jump da. Und dann geht's. Und dann geht's. Ja. Das ist schön. mal dritten in. Lay hårel. Bis zum nächsten Mal.